hallo und herzlich willkommen auf den kanal der griffen kurze worte zum gameplay es wurde mit der g36 sd also mit schalldämpfer gespielt und ja manche haben es vielleicht schon gemerkt ich bin nicht der griffen der sonst auf den kanal die videos hochlädt denn ich bin hermann von einem anderen youtube kanal den der sich hz time nennt der griffen hat uns hier mal die chance gegeben uns auf seinen kanal uns vorzustellen und ja dann fang ich mal an wie schon gesagt ich bin von dem youtube kanal it's hz time da mache ich mit fünf anderen personen noch videos drauf und ja wir bringen gameplays let's plays und commentaries nun haben spaß daran und was wir alles bringen das wäre lead of legends call of duty natürlich bettiv 3dc und mal sehen was uns sonst noch spaß macht dann werden wir vielleicht auch noch anderes bringen ja wie schon gesagt hier sind fünf Personen darunter wäre ich hermann dabei ist noch viele ja wie es weiß sind wird sind nicht und fehlen und dann haben wir noch manu kevin und hobi ja dies sind schon volljährig und zwischen 18 und 19 jahre alt ja die hrm was ihr bei uns zu warten habt natürlich coole commentaries let's place mit richtig geilen games und auch paar mini clips natürlich bringen wir alles mögliche und wir spielen auch immer neueste spiele also wir bleiben nicht nur bei ein spiel und von uns kommt halt wirklich jeden tag wirklich ein video das funktioniert nämlich so bei uns wir laden dauerhaft videos hoch wenn wir gerade Lust dazu haben und schalten jeden tag ein video hoch und da kommt kevin ins spiel der macht nämlich die wichtigste arbeit auf unserem kanal der bestimmt wie die videos heißen um was die videos die tags die ding und er schaltet zeitfrei er sorgt dafür dass ein nicht nur eine woche lang mein kopf kommt sondern m zwischen call of duty die flächen der sie und mein kraft abwechselt so wie ihr anderen fünf m laden eigentlich videos hoch wir nehmen sie aufladen zu hoch und machen auch viele togethers also wir spielen nicht so gerne alleine zumindest ich ich mache derzeit ich sehr viel mit m mein kraft und es zwar skype und skype das möchte mir zurzeit ziemlich viel spaß und wir versuchen natürlich auch um ja dass die abwechslung das also wir versuchen nicht nur normales mein kopf zu bringen das wäre langweilig darunter machen wir auch noch vieles andere was wäre nicht was er ist sondern das Prozent Oh Gott sind ich raus Sekunde muss ich mal kurz wieder einbringen ja genau ähm oh Gott ich habe gerade totalen Blackout ja genau wir haben natürlich Spaß daran wir machen YouTube als Hobby und versuchen natürlich eine gute Soundqualität zu bringen immer HD und haben auch Spaß machen das wohl Spaß macht natürlich wollen wir auch auf YouTube etwas größer werden und auch was erreichen und das ist jetzt nicht so als wir abo geil wären aber ja jeder freut sich drüber wenn er bisschen größer ist und nicht nur so klein wir wollen einfach und da hat den Kommentor Kommentator Szenen mitmischen und Prozent unter dem Netzplatz das ist unser YouTube-Kanal wir würden uns wünschen dass ihr mal vorbeischaut natürlich kommen auch richtig geile Gameplays und hier ist es schon zu Ende Sorry für diesen kurzen Versprecher unter dem Video und ja das Gameplay endet mit einem 11 zu 0 und auf Wiedersehen Ich war schon bald kein Pause